Hallo und willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo von mir. Ich hatte mein zweites vom Monat Juni, was ich noch angekündigt hatte, noch nicht gemacht. Und deswegen gibt es heute die Gold- und Silberregen von Veko. Die haben hier schon die BAM F1 Nummer, das heißt das sind Reibkopfartikel, die auch in Zukunft zugelassen sind. NIM 18 Gramm für 8 Stück. Und dann nehme ich einfach mal schon einen raus, den Goldregen. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Reibfläche. Sehr schön. Die NIM beim Goldregen 2,2 Gramm, beim Silberregen 2,4 Gramm. Und gleich der Silberregen hinterher. Wunderschön, von mir aus könnte die Brenndauer noch etwas länger sein, aber schöner Artikel. und bis dahin. Dann gehe ichı, um60 Gramm. Alle 60 Gramm. Und dann gehe ich so weiter.